Nein. Hype, Hype, Sumo des, genau. Wir müssen ihn wegschmeißen. Wie schmeißen wir das weg? Jetzt hab ich schon wieder. Weg mit dir. Geilo. So viele Irrlichter. Danke, Denise. Für dein Fingerherz. Danke, danke, danke. Da hinten ist die Blume. Holen wir uns auch gleich. Wer hat Geld, muss auch belohnt werden. Sehe ich genauso. Da bin ich voll bei dir, Denise. Wir haben hartes Gegrinde hinter uns. Ein Knuckpup-Wurzel. Die ganzen Wurzeln. Hängen die mit dem Dekubaum zusammen? So. So. Wir sind hier. Und wir sind aufgeregt. Wenn du nicht weitergehen willst, viel. Es ist ein Mord. Schau. Oh, da haben wir noch mal eine. Oh ja, passt. Nehmen wir mit. Love Forest. Aber ein bisschen wenig Ausdauer hat er, der Bursch. Nicht ganz so weit, Forest. So, und. Rauf da. Geht doch, warum nicht gleich so? Dekubaum. Großer Geist des Alte Koks. Ich bin ja anspruchsvoll. Ja, wohl zu den Grenzen. Ja, das war richtig umständlich. Mann. In dem schon rein nehmen wir uns gleich mit. Es leuchtet da, kann ich das mitnehmen? Ich will pflücken. Komm und lass mich da rein. Weißt du, was mir von den Schreinen am Allem besser gefällt? Dass man bescheißen kann. Find ich super. Gegengewicht. Bisschen vor Keilen. Ein Wurm frei. Oh nein, in September muss ich ins Krankenhaus. Oh, scheiße. Ich hoffe nichts Schlimmes. Wobei, ja. Krankenhaus geht mir halt auch nicht ein bisschen so rein, ne? Gein, das ist tropig, gell? Holt das? Okay. Nur zur Medikamenteneinstellung. Kaboom. Dann bin ich ja beruhigt. Aber trotzdem scheiße. Und kann ich den nicht nehmen. Und kann ich den nicht nehmen. Ich habe keinen Blasen hier mehr. Ich habe keinen Blasen hier mehr. Den kann ich so druckbauen. Ich habe keinen Spack. Ich kann auch mal. Ich habe keinen Blasen hier. Also einen richtigen Hammerbaum. Ich hätte da genauso heim wie. Halt das? Nein, ich habe einen Blasen hier. Ich habe total langweilig zur Krankenhaus. Boah, bis zur 6 Wochen Beobachtung. Puh. Shit. Bei Braves of the Wild hab ich das auch weit gemacht. Ich muss sagen, ich find den Braves of the Wild. Wanns? Aber schweiler. Finde ich zumindest. Ja, also bei allen wirst du's wahrscheinlich noch nicht finden. Aber bei einem Boah wahrscheinlich. Weil voll haben wir's ja... Was war da irgendwo? Ist gehackt worden oder so? Irgendwas war doch. Das funktioniert nicht so ganz, weil ich mir das vorstelle. Kann ich mir noch was klauen zum Bescheißen? Wir haben noch einen Teil. Freunde, ich hab was gefunden. Ich bring noch was mit zur Party. Zangen kriegen, wenn du's möchtest, ne? Machst du keine Scheiß. Boah. Geilo. Eis holen. Mega. Nee. Gönn dir, Denise. Da war ich so perplex für Eis, ne? Glaub, ich muss das oben drauf knallen, hm? Das ditscht meine bloß. Was da passiert? Ich war auf deinen Eis-Tweet. So, was soll ich mir sagen? So, was soll ich mir sagen? Ihr freut? Dass ich auszusehen, wo wegfallen bin. Klatsch, die Strohnei. Dann... ...drehen wir das einmal. Huiiii. Oh, ey. Langsam reiten, Cowboy. Ich bin, das ist so. Ich bin, das ist ein ganzes Talent. Lachen, ich bin, das ist ganzes Talent. Ich bin, das ist so. Ich bin, das ist so, wenn ich mir nicht sichergestellt. Ich bin, das ist so, wenn ich mir nicht sichergestellt. Dass ich mich nicht richtig verbrauche. Das ist so, wenn ich das nicht so machen kann. Und ich mach sie mich unbedingt. Ich bin, das Cubön. Ich bin mir einfach. Zu lemn nicht, das ist so. Oh ja, Gott sei Dank. Dann nochmal die kleine. Vielleicht läuft es jetzt besser. Ja, schau bitte das. Mal schauen, ob es überhaupt so funktioniert. Yes! Das funktioniert. Und ich glaube, wir können ja noch ein bisschen wieder Herzen eintauschen, oder? Na schau her, eins kriegen wir schon wieder. Ja, und hättet jetzt einmal her da. Einen kleinen da. Dann gebe ich ihm so einen Anstreit. Das ist ja freiwillig schleicht. Was ist das jetzt mit deiner gewesen, hm? Hm... So, jetzt bewahrt man sich einen kühlen Kopf, wenn du wieder unnötig sterben machst. Ja. Ach, zwei. Ist rumholt mir im Magen. Ja gut, ne? Du hast da voll ein paar so einen Bandwurm oder so. Mal da runter. Das macht's möglich. Es hackt schon wieder, hm? Diesmal könnt's aber an mir gelegen haben. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Entdeckt. Dekubaum abgeholt. Gut, dass wir den Schrank gemacht haben. Das ist ja so. Ah, das ist ja so. Und vielleicht so geht's da. Genau, ob wir die Stückchen haben. Ach. Schau her, wieder hin. Andersdom. Danke, Denise, für Zweimalrose. Das ist ja nur ein, 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 ein Schrank. Und, auch wenn die Stückchen haben, wenn wir es nicht machen solltet ist noch jemand da? ja easy peasy mein größter Gegner bin aber nur ich selber das mein Armuhn, der ist komplett leer danke, dass du dieses Ding besiegt hast gib mir mal so 150 Krogs an, dann sind wir gewit der Dekobaum wartet auch schon im Wald der Krogs auf dich oder noch besser, maximier uns einfach alles mir ist mein Schwert muss ich lieber liegen da auch da ja weil oft, dass wir die Netzen schon besiegt haben ne ja leutodend in dem Stream schon dreimal das ist der Krogl hey Maronus ja ja mach mir nicht tauschen größer einmal buckentaschen bitte Und daheim habe ich auch noch mal zwei sicher in den Bögen liegen. Nein, tut mir so weh. So, was schaut's aus? Hm, oh, wer ist dort? Verzeih mir, ich hatte wohl gerade einen bösen Traum. Du pennst jedes Mal, wenn ich bei dir bin. Bist du es, der diese schädliche Macht zurückgeschlagen hat, die sich in mir eingenistet hatte? Hast du mir einen großen Dienst erwiesen, dem nur. Ja, durch dich habe ich mein Bewusstsein zurückerlaut. Ich danke dir. Du, wir haben uns lange nicht gesehen. Ist es dir wohl ergangen? Schau dir doch mal um. Das letzte Mal sahen wir uns, wann war alles? Ach ja, heißt du mir, mit der hohen Priesterin zu mir kamst, um das Masterschwert zu holen? Ohne Erinnerung. Ah, ich grüße euch, oberpriesterin von Hyrule und Link, Träger des Masterschwertes. Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest. Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ho, ho, ho. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Es hält sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das schwer. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert. Doch ich sehe, du führst das Schwert nicht mehr mit dir. Sag mir, was ist mit dem Masterschwert gesehen? Wie, du weißt es selbst nicht, wo sich das Masterschwert zur Zeit befindet? Ich verstehe, doch wisse, das Masterschwert wurde nicht zerstört. Nein, ich kann seine Präsenz noch immer spüren. Ah, jetzt sehen wir es. Hoch oben am Himmel, dort spüre ich ganz deutlich die Präsenz des Masterschwertes. Doch was ist das? Das Masterschwert ist einstig, sich zu bewegen. Nur zu erreichen, aber du musst es versuchen. Jawohl. Das ist einstig, das ist einstig, das ist einstig, das ist einstig. Das ist einstig, das ist einstig, das heute ist es einstig.